Der Erstkontakt mit der KPM, das war ein Face-to-Face-Meeting. Da haben wir dem Geschäftsführer am Papier schon zeichnen dürfen, was unsere Vorstellung ist und er hat uns gleich verstanden. Der Preis extrem attraktiv für uns und er war auch ein regionaler Anbieter, was uns auch interessiert hat. Ja, mit unserem Hausbau war der größte Wunsch, dass wir auch eine Terrassenüberdachung haben, um in der kalten Jahreszeit oder halt im Herbst oder Anfang Frühling heraus sitzen zu können. Und dazu haben wir uns für die KPM GmbH entschieden. Wir haben bei vielen Anbietern nach Angeboten gefragt. Erstens ist der Markt nicht so breit in Österreich, der eben diese Produkte anbietet. Zweitens die Preise sind extrem überteuer. Drittens die Lieferzeiten schauen extrem kompliziert und lange aus. Während der Abwicklung war für mich und für meinen Mann ganz wichtig, dass die KPM immer erreichbar ist, wenn man Fragen hatte. Und das waren die tatsächlich auch. Sie waren immer erreichbar, wenn wir etwas nachfragen wollten. Auch mit der Terminisierung hat es komplett gepasst. Wir haben den Termin abstimmen können, je nach unserer Arbeitszeit und Familienleben. Die Kommunikationswege waren perfekt, da gibt es nichts zu sagen. Nase Doku, lebe im Traum, habe zwei Kinder, arbeite im Finanzbereich, bin Gerichtsdolmetscherin auch und bin auch Content-Kreatorin im Bereich Interior. Ich kann die Firma KPM mit bestem Wissen und Gewissen weiterempfehlen, weil diese Firma mich versteht, den Kunden versteht und deine Vorstellung in die Realität umsetzt.